Ich habe sechs Frauen, die für mich arbeiten. Wie war's? War's art? Rein, raus, dann ist er eingeschlafen. Aber hör zu, wenn einer von uns nicht mehr mag, dann haben wir beide auf. Das macht keiner von uns allein, weder du noch ich. Klar, wir machen's zusammen. Ein schönes, erotisches Lächeln, bitte sehr. Yes. Ein Sailor. Du schaffst die Prüfung, das Sprich. Ein. Wie heißt du eigentlich? Das geht dich nix an. Ein Sailor. Sehen wir uns wieder? Ich weiß nicht. Hallo! Halt dich fest. Hast du schon mal einen Orgasmus gehabt? Männer kommen und gehen, aber wir zwei sind Königinnen. Wer wir zwei? Wir zwei Frauen oder wir zwei Huren? Ich muss auf die Uni, jetzt als Doppelte. Ich schlafe mit jedem und ich lasse mich dafür gut bezahlen. Also wenn du ficken willst, dann Zeit fälligst. Mach was! Mach was! Mach was! Mach was! Hör auf! Hör auf! Halt auf! Ja, aber du musst auch aufhören. Was? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ha 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 ha! Untertitelung. BR 2018